ja meine lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen sonnenbaden vlog und ja wir wollten euch jetzt mal kurz mitnehmen hier zum baden also ihr seht schon hier naturpur mein freund und mein hund wir gehen jetzt gleich schön alles am baden ich habe keine ahnung ob ihr mich stellt und es ist mir auch relativ egal ob ihr die sonnfrille scheiße findet die stellt mir auch garantiert nicht aber man kann halt schön gucken mit der sonnfrille von daher und ja ich nehme euch danach mal mit runter zum wasser erzählt danach noch mal kurz was ja 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 Wuuuuh! Was ist das denn? 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 Oher? Oher? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.